Willkommen bei Projekt 365, heute ist Mittag 362, ich bin hier in Olten, ich habe hier eine nette Gruppe antropfen. Und zwar haben wir heute Mütter Fabio. Fabio, bitte. Flach. Bitte. Lina. Bitte. Fabio. Fabio. Michel. So. Und ich würde gerne etwas zeigen mit einem Neutli, jemand von euch ein Neutli dabei. Ein 100er oder ein 20er oder wieder. Oh, ein 100er. Oh, okay. Oh, plötzlich bist du populär. Aber ich zeige euch etwas mit Statik, weil wenn ich es so reinge, ich weiss nicht, wer das sieht, aber dann bleibt es so am Finger. Sehen wir das? Oh. Sehen wir das? Ja. Kannst du etwas näher? Ja. Manchmal gibt es alles in einem Moment. Ja. Ich werde es noch einmal etwas reiben. Dann bleibst du so am Finger. Manchmal kann ich es für einen Moment so loslassen. Es sieht jetzt fast so aus, als würde es sterben. Ist das Neutli? Ja. 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 Darf ich es auch sagen? Ja. Es war ein 100er-Mädchen, der erst so statisch aufgeladen wurde. Und dann hat es dann so geschwebt in der Luft. Und nur am Finger gefasst. Also zuerst, als sie einfach am Finger geklebt, habe ich gedacht, ja, du hast wahrscheinlich irgendetwas am Finger oder so. Voll gut. Also ich kann es mir nicht erklären. Ja, faszinierend. Also du hast mich überzeugt als Zauberer. Geschwassster. Was hat measurend in you? Ja, ab Years Harvey. Nonso viel Geld nicht.